Was? Grape Garden Weintrauben Okay Ich sehe aber keine Weintrauben Yay, ich bin schon Welt 4 Und ich spiele erst 1,5 Stunden Jetzt muss ich echt mal kurz gucken Wie viel das hat Mal kurz Bevor da wieder irgendwas passiert Wie viel Level hat das Spiel ich das durch? Never Mal gucken Oh Es sind tatsächlich nur 7 Welten Bin jetzt in Level 4 Also Welt 4 So rum Mit halt Unterleveln Die haben alle 7 Unterleveln Ja gut Es gibt am Schluss natürlich noch den Traumbrunnen Der ist dann nochmal der Abschluss Aber so groß ist das Spiel echt gar nicht Leute, danach müssen wir uns mal wieder etwas Längeres raussuchen Müssen wir mal gucken Gegen all das andere Advance Spiel Wer das da mal setzen Aber ich werde hier nicht lang dran sitzen Zumindest nicht so lang wie bei Clue Noir Wie ich das richtig sehe Ich sitze hier noch gar nicht so lange dran Und bin schon in Welt 4 Ich habe Laser geschossen Aber du hast mich trotzdem berührt So tief Reicht nicht so hoch Oh, gib mir das Schwert Nehme ich gerne Doink Das ist immer noch eine meiner Lieblingsfähigkeiten Hier ist ein bisschen dunkel Au Wieder mal irgendwas aus dem Nichts hier Das mich umbringt Da ist noch so ein UFO Ah, so schnell konnte ich gar nicht Hast du auch eine Fähigkeit Die man benutzen kann Hä? 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 Erfke Hufo Jetzt kriege ich keins Das wollte ich ausprobieren Ob das auch eine Fähigkeit ist Die man kopieren kann Jetzt kommt keins Au Keksvögelchen Tut weh Sleeper Gut, dass du da nicht drüber rutschen kannst Äh, wenn du in dem Zustand bist Kann ich dich nicht töten Muss ich warten Äh Hör auf damit Nein, 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 nein Ach, oh Das ist ein bisschen ungünstig So Nein Ich seh dich da Bin schon weg Hm Die Hälfte von einer Million Punkte Hab ich schon mal Huch Lass mich doch nicht alles so abstürzen So Komme ich da so durch? Nee Fest Au Ich wurde geblitzt Hm Na super So Muss ich dich jetzt so nehmen dafür Keine Wege mehr Was ist das für ein Niederlevel Nur so Sleepys überall Gibt es da im Wasser Irgendwas? Nee Auf der anderen Seite vielleicht Auch nicht Na gut Hätte ja sein können Ah, was haben wir denn da? Eine Tür Das ist von einer Maxi-Tomate Ja, okay Da ist ein Zweiter Maxi-Tomate ist gut Ich werde ja auch nie aufgefüllt Zwischen den Leveln Da ist das ganz gut Hm Das da oben brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt Ich bin ja aufgefüllt Au Fähigkeiten Auch nicht unbedingt Zwei von euch Au Oh Gott Ach, die Explosion davon hat mich getroffen Ja, ihr könnt gerne da drüben bleiben Nein Die haben sich neutralisiert Verdammt Nein Ach, ich wollte eigentlich da oben nicht getroffen werden Ich habe in die falsche Richtung geguckt Das passiert mir ständig Dass ich in die falsche Richtung gucke Kommt mir nicht so nah Bisschen kuschelig Die zwei hier Au Einer ist weg Ich könnte da einen Kollegen nehmen Und gegen dich werfen Wenn ich dran käme Kriege ich aber nicht Okay Gönnst du mir nicht Du lässt ihn explodieren So, jetzt aber Komm her Ah Ah, da ist der fies Zwei da vorne auch noch Mensch Es geht da Die Fähigkeit geht leider nur einmal Dann ist sie weg Ist nur die Frage Brauche ich dich Oh ja Tue ich Ich sehe es schon Ja, sie ist eindeutig Eine Zündschnur Die ich anfackeln muss Da ist auch noch die Tür Nein Da hätte es vielleicht Energie oder so gegeben Na gut Extra Leben nehme ich hier auch Geh her Nein, nein, nein Du solltest nicht da runterfallen, Kirby So schnell ist das Leben wieder weg Seine Füße sind rutschig Ach Gott, oh Gott Es ist windig Wer hat sich das ausgedacht Golde Kanonen Da ist ne Tür Ich sehe sie Huch Weg war er Aha So, was ist Um neben mir aufzutauchen Und zu explodieren Aha Ist ganz schön windig hier Was ist das für ein komischer Level Wir sind auf einer Art Luftschiff Schloss Au 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 Oh Ich habe ihn gesehen Aber so schnell Durch den Kackwind Konnte man ja gar nicht Ja, ihr habt damit gerechnet Und Ne Limo hier versteckt Find ich gut Also wer den Level Playtestet hat Hat gemerkt Da kann man nicht Unbeschadet rauskaufen Au Vielleicht gibt es wirklich Irgendein Pro Der es kann Aber Ich bin kein Pro Abgedrehter Level Oh ja Fester Boden Nehm ich Welche Fähigkeit gibt es hier Ach ne Das ist wieder so ein Quickdraw Mal gucken Ob ich es diesmal bis zum Ende schaffe Huh Mitternut Nein Dabei habe ich nur 1,4 Sekunden gebraucht Oder was das war Ist hier keine Einheit dabei Aber gut Extra Leben Nehme ich Das ist die Kampfarena Für die Fähigkeiten Okay Och Den Käfer Na Den Jungen Fehlt Verdammt Ist das dein Ernst Also die Maxi Tomate Kann ich mir gerade knicken Der macht schneller irgendwas Als ich da Naja Jetzt bin ich eh geheilt Bin am Ball Boink Au Okay Ball ist keine tolle Fähigkeit Nicht so wirklich Nehm mir das Schwert So Damit kann ich mehr anfangen Es gibt auch unsinnige Fähigkeiten In Kirby Wie man sieht Die Viecher gibt es auch grün Okay Diese Vögelchen sehen immer aus wie Kekse Die sehen aus wie fliegende Keksvögelchen Okay Ihr beabsichtigt hier was Ihr soll hier runterrollen Ja Hier vielleicht nicht unbedingt Okay Ich glaube das bringt mir nichts als Willi Da ist ein Leben Das hätte ich schon Aber jetzt komme ich nicht mehr dran Nein Jetzt habe ich das Willi wieder bekommen Will ich aber nicht Wäre etwas anderes Ich dachte du rennst auf mich zu Wenn du das mit diesen Füßen machst Ei Aua Okay dann schmeiße ich den jetzt noch dir Oh Dumbo mag Äpfel Au Hast du nur zwei Beine Oh je Oh je Flow Du hast auch wieder nur ein Stürmband auf Wie das andere Ah Aber das gefällt mir irgendwie besser Als dieser Überwurf Naja aber so ganz gut ist er dann auch wieder nicht Ich kann damit nicht Springen Um Um Dann Mein Gegner An einen höheren Punkt Wohin zu werfen Da sind wir schon bei Nummer 5 Von 7 Krass Du hast ein shiny Bojelin Rück das mal rüber Will ich auch Egal welches Pokégame Ich will auch Weil ich habe noch nicht Ah verdammt In dem Moment war es vorbei Ich wollte den da oben dann noch mit erledigen Ich fliege einfach über euch alle weg Haha Oh Aber hier ist die Karte zu Ende Okay Da geht's weiter Das ist eine besonders große Tür Was will die mir sagen Was will die mir sagen Warum ist die besonders groß Ach Meta Knight wieder Nein Warum hüpft der Stern so blöd Ah nein Ah in dem Moment schwirfte ein Speer Okay Ja Das war dumm Meta Knight Oh du Feigling Der da geht ja voll ab da Der sich da so im Kreisel dreht Komm her Lass dich einsaugen Jetzt steckt er da fest oder was Mit vollem Mund kann ich nie so gut springen Lauf mich so zu bewerfen Wie soll ich da auf die mittlere Plattform kommen Wenn ihr mich so beschießt Hilfe So Nerv nicht mehr da drüben So Ich hab trotzdem wieder nur noch einen Punkt Oh Gott Schaff ich damit noch den Lauf Nein Schaff ich nicht Weil so ein Kackvogel kommt Ah Das wäre zu schön gewesen Das wäre ja zu schön gewesen Wenn ich das geschafft hätte Die immer so aus dem Nichts kommen auch Nervt mich nicht Hört auf mich zu verfolgen Nein 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 Da komme ich nicht durch Was auch immer du bewachst Ach du Schöne Was ist das für ein Labyrinth Neh mich Entschuldigung Du musst doch jetzt husten Nein Oh ist doch Oh da oben ist ein Leben Aber da kommen wir jetzt glaube ich nicht mehr vorbei Nee Da mache ich mir nicht die Mühe Ne ne Bonk Level 6 Hier drüben so viel Platz Habt ihr hier irgendwas noch geplant? Nee Zumindest nicht aktuell Okay Oh Nein Nehmt ihr mir meine Fähigkeit Wieso haben die Fische eigentlich Taucherbrillen auf? Die haben doch Augen, die daran angepasst sind Im Wasser zu sein Hm Oh Mensch Das hole ich mir noch Ich hatte zwar nur einen Punkt verloren Aber Nehmen wir mal Du wieder Nein Nein Mein Stern Den wollte ich dir so schön ins Gesicht spucken Mann Mann, Mann, Mann Kommt Mr. Krach Uhr So Einmal noch Du bist die nervige Alarm Der nervige Wecker Aus Vario Land Hier Das geht aber auch nur dreimal und dann war das weg Da war meine Fähigkeit weg Licht Oh Dafür ist dieser Geist da Okay Geht aber auch nur einmal Ich dachte mit dem kann man durch die Wände schweben Aber Licht ist auch nett So schnell ging das gar nicht mit der Fähigkeit gerade Warte mal Hammer habe ich nicht Nein Ich wollte den Stein schlucken und dann als Stein da drauf fallen Das hätte bestimmt auch gezählt Jetzt habe ich es mir vergeigt Da war Energie Und ich bin voll dran vorbeigelaufen Nein Ich sehe es noch, komm Das ist Game Over Oh Gott Die gibt es ja auch Ich wollte mit dem Super Jump an die Randjumpen Nein Da war noch einer Ist der Super Jump das einzige Um gegen dich anzukommen Oder muss ich dir einfach nur entkommen Keine Ahnung Ist irgendwo einfach Schluss Ist irgendwo einfach Schluss Sieht nicht so aus Toll Jetzt ist der an mir vorbei Na wobei Doch Hier scheint Schluss zu sein Oh Diese Wolke Wo war der Blitz Bitte schön Ich habe den gar nicht gesehen Ach verdammt Nein Das liegt am Emulator Ich sehe seinen Blitz nicht Ja Jetzt sehe ich ihn Aber einmal habe ich ihn nicht gesehen Das war gemein Falsche Richtung geguckt Ach verdammt Und wieder in die falsche Richtung geguckt Ach verdammt Das passiert mir immer wieder Au Ja der Emulator hat Schwierigkeit mit dem Blitz So Nein Ich hatte gehofft Dass du die Blitz Ding machst Und wollte dann einfach Da beiseite Ach Gott Das ist ein bisschen nervig Ich safe mal Ja natürlich Tut es Mir weh Wenn du da so Mir hinterher kommst Mit dem Super Jump Wäre ich schneller Deswegen Ja Ja Du kannst mich einfach da killen Aber wenn die Ja Ich werde nicht aufgefüllt Wenn wir zwei da oben ankommen Das ist das Problem Nein 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 Warum bin ich durch die Plattform gefallen Ist das euer Ernst Ein Millimeter Echt jetzt Nein Ich bin wegen einem Millimeter durch die Plattform gefallen Echt Mann Okay Jetzt bist du da oben Das war knapp Ah verdammt Der Millimeter Au Getroffen Aber du hast so weiter Sprüben angefangen Du hast mich trotzdem getroffen Du bist doch ein Arsch Komm So Jetzt hab ich dich aber Einen brauche ich noch Sprühe mir aus Nein Ich hab wieder in die falsche Richtung geguckt Und schon wieder in die falsche Richtung geguckt Also mit der falschen In die falsche Richtung gucken Also manchmal schon ziemlich blöd Au Und natürlich Au Ihr wart schon immer wies Und das Macht's hier auch nicht einfacher Au Dass ich halt diese Fähigkeit auch noch brauche Und du mich dann da Ich muss einfach an der Stelle einfach Aufpassen Wenn der so kommt Mit dem Blitz Muss ich da einfach anders machen Ja Ja Uh Fast Ganz ruhig nochmal Vielleicht einfach stattdessen mal die Fähigkeit benutzen Oder auch nicht Statt immer nur versuchen So Statt immer nur zu versuchen Stur Sachen nach ihm zu spucken Vielleicht mal eine Fähigkeit benutzen Joghurt Joghurtjahrt Alles klar Soll ich das so speichern? Oder soll ich lieber mit ein paar Restleben Weil Doch mal Doch mal kurz den Boss nachholen Vom Safe Warum nicht einfach den Highjump zum Angreifen benutzen? Ich bin doch echt blöd Naja Wir können mal ausprobieren Was passiert Wenn ich Game Over gehe Ich sterbe mal mit Absicht Hm Was passiert nach dem letzten Leben? Ein Game Over Screen Mir werden Punkte abgezogen Uh Aber ziemlich viele Wie viele waren das gerade? Uh Das waren schon eine Menge Punkte Und ich fang nur Hab nur noch zwei Leben Hi Das war ungefähr eine ganze Welt An Punkten Ach du Nee Nee So Wir machen das mal mit vier Leben Und mehr Punkten Oh nee Das waren ja sogar mehr als Au Okay Das war nicht so cool Nein Ist er runtergesprungen Verdammt Verschwinde Ist doch gleich Genau Dein Punkt Wo du abhaust So Nein Meine Fähigkeit Ja shit Das hat auch nicht so gut funktioniert Moment Weil er diese Kurve fliegt Moment So Ganz ruhig Ganz ruhig Moment Der Mauskusser da oben wegnehmt So Jetzt geht er hoch Jetzt geht er hoch Ja Ich hab ihn verfehlt So Nein Nein High jump finish Komm Ach komm Hier bleiben Jetzt hab ich dich So 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 Das ist besserer Start In dem nächsten Level Der hat uns die fast halbiert Guckt mal wie viele Punkte wir gerade für den Sieg bekommen haben Nee 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 Die Punkte will ich nicht alle nochmal sammeln müssen Bis zum nächsten Mal